Und das bedeutet Selbstführung auch im Unternehmen. Das bedeutet auch Verantwortung. Und Sie suchen einen Profi. Sie suchen einen Bad Dog, der Ihnen aufzeigt, wo die Probleme sind. Sind Sie aber auch bereit, diesen so zu führen und ihm auch diese Situation zuzulassen? Wollen Sie wirklich diesen Profi, diesen Top-Performer und geben Sie ihm die Möglichkeit, sich auch mit dieser Performance auszuleben im positiven Sinne des Auftrages im Unternehmen? Man holt Profis rein und dann sind Sie in der Linie. Und hier liegt es an den Führungskräften zu sagen, was brauche ich, was will ich und will ich diese Person auch, die ich rekrutiert habe? Ist das das, was ich wirklich möchte?